Was taugt das vegane IsoClear von ESN? 2022 hatte das reguläre IsoClear von ESN seinen großen Durchbruch. Das Produkt an sich, das war zwar damals schon nicht neu, aber so richtig in der Masse angekommen ist es eben erst letztes Jahr. Die Veganer waren allerdings immer außen vor. Der IsoClear-Rohstoff ist nämlich ein Milcherzeugnis und eine vegane Alternative gab es so zumindest bei ESN bisher noch nicht. Das änderte sich jetzt allerdings mit dem IsoClear-Vegan, aber ob das wirklich an das reguläre IsoClear herankommt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das IsoClear-Vegan, das mag jetzt vielleicht noch neu sein, vegane Clear-Proteine sind es aber mit Sicherheit nicht. Das Fruity Vegan Protein von Peak, das hat sogar letztes Jahr den dritten Platz meiner Top-Liste eingenommen. Aber es wundert mich nicht, dass die Aufmerksamkeit jetzt einfach nochmal eine etwas andere ist, wenn plötzlich IsoClear vorne auf der Dose draufsteht. Das hat sich ESN mit dem Erfolg letztes Jahr einfach erarbeitet. Diesen Vorschuss-Lohrbeeren wird das Produkt nur meiner Meinung nach leider nicht gerecht, aber alles der Reihe nach. Das IsoClear-Vegan, das ist jetzt zum Start weg in einem Green Apple Flavor erschienen, den wir so auch vom regulären IsoClear her kennen. Und rein geschmacklich steht die vegane Alternative seinem Vorbild auch in kaum was nach. Sämtliche Eigenschaften, die das IsoClear in Sachen Geschmack so ausgezeichnet haben, die treffen auch hier wieder zu. Es hat eine wässrige Konsistenz wie ein Saft, es schmeckt intensiv und süß, im Falle von Green Apple natürlich auch schön säuerlich, eben angelehnt an dem Vorbild Apfelringe. Und dieser molkige Eigengeschmack, an dem sich manche beim IsoClear noch gestört haben, der ist hier logischerweise gar nicht mehr vorhanden. Das IsoClear-Vegan basiert nämlich, wie die anderen pflanzlichen Clear-Proteine auch, auf einem hydrolysierten Erbsen-Protein. Das weist zwar ebenfalls und besonders im Abgang einen gewissen Eigengeschmack auf, den würde ich jetzt aber nicht als penetranter oder unangenehmer beschreiben als beim normalen Clear-Way, einfach ein bisschen anders. Man braucht allerdings auch beim veganen IsoClear wieder eine ganze Menge an Wasser, damit es nicht zu intensiv schmeckt. In der Hinsicht unterscheidet es sich also wieder gar nicht vom normalen IsoClear und im Übrigen auch nicht vom Fruity-Vegan-Protein von Peak. Rein vom Geschmack sehe ich deshalb auch die beiden pflanzlichen Clear-Proteine in etwa auf dem selben Niveau. Das Fruity-Vegan-Protein überzeugte jedoch in meinem Test letztes Jahr und das ganz im Gegensatz zu seiner damaligen Konkurrenz aus dem Hause Rocker Nutrition und MyProtein, auch noch abseits des Geschmacks mit guten Nährwerten und einem starken Aminosäurenprofil, zwei Punkte, in denen es auch jetzt das neue IsoClear hinter sich lässt. Auf den ersten Blick wirkt das IsoClear-Vegan dabei gar nicht mal so verkehrt, positiv lesen sich beispielsweise der Fettgehalt, der gerundet bei 0 Gramm liegt. Selbiges gilt auch für den Zuckergehalt und auch die Kohlenhydrate, die sind mit 4,8 Gramm wirklich schwer in Ordnung. Der Proteinanteil allerdings, der fällt trotz einer Hinzugabe von Leuzin mit 64 Gramm nicht sonderlich hoch aus. Bei Rocker und MyProtein, da hatten wir damals exakt dasselbe Problem, allerdings gilt das halt eben nicht für das Fruity-Vegan-Protein. Das konnte sein Eiweißgehalt durch einen Zusatz von freien Aminosäuren auf dann immerhin doch ganz achtbare 76 respektive 77 Gramm Eiweiß steigern. Nicht ganz auf dem Niveau vom regulären IsoClear, aber wir kommen der Sache schon deutlich näher. Und ich konnte den Proteingehalt letztes Jahr ja auch noch durch eine Eiweißanalyse unabhängig bestätigen lassen. Es ist jetzt also nicht so, dass ich Peak hier mit falschen Angaben profilieren würde. Auf Seiten von ESN, da ist man sich diesem verhältnismäßig niedrigen Eiweißgehalt natürlich bewusst. Und empfiehlt deshalb auch auf eine Portion 35 Gramm an Pulver statt der üblichen 30. Allerdings sticht sich das ja dann umso mehr mit dem intensiven Geschmack, der mit mehr Pulver ja nur noch intensiver wird. Bisherhin wäre das alles noch vertretbar gewesen, wenn mich jetzt das Aminosäurenprofil noch überzeugt hätte. Aber leider ist das nicht der Fall. ESN hat dem IsoClear Vegan zwar, wie bereits erwähnt, eine kleine Leuzinspritze verpasst, allerdings macht Leuzin alleine aus einem Erbsenprotein eben noch kein gutes beziehungsweise ausgeglichenes Aminosäurenprofil. Hier seht ihr wieder eine meiner berüchtigten Tabellen. Oben stehen die Produkte und der jeweilige Hersteller, links die Aminosäuren und hier farblich hervorgehoben die Werte vom IsoClear Vegan. Alle übrigens auch immer auf 100 Gramm Pulver umgerechnet, damit der Faktor Eiweißgehalt hier schon berücksichtigt wird. Man sieht auf jeden Fall ganz oben, dass sich ESN durch die Extra-Hinzugabe und den dadurch möglichen 8,3 Gramm Leuzin zumindest in diesem Aspekt echt nicht verstecken muss. Aber schon beim BCAA und auch beim EAA-Gehalt, da reiht sich das IsoClear Vegan dann doch eher im hinteren Bereich der Produkte ein. Und allen voran reiht es sich natürlich auch hinter dem Fruity Vegan Protein von Peak ein, dem einzigen Produkt in dieser Tabelle, das so auch 1 zu 1 mit dem IsoClear Vegan zu vergleichen wäre. Ich kann hier ja leider nicht die Clear Proteine von Rocker und MyProtein auflisten, weil beide das Aminosäurenprofil auf ihrer Website nicht preisgeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Hinzu kommt beim IsoClear Vegan allerdings dann auch noch, dass das Aminogramm sehr unausgewogen daherkommt. Wir haben zwar sehr viel Leuzin da drin, aber im Vergleich dazu wirklich verschwindend geringe Mengen an Isoleuzin. Bei einem Aminosäurenpulver, da strebt man bei den BCAAs in der Regel immer ein Verhältnis von 2 zu 1 zu 1 zugunsten von Leuzin an. Aber davon sind wir hier echt meilenweit entfernt. Und auch der Methioningehalt, der ja klassisch bei einem Erbsenproteinpulver immer sehr niedrig ausfällt und beim Fruity Vegan Protein, ähnlich wie das Isoleuzin, mithilfe von extra hinzugegebenen freien Aminosäuren aufgebessert wurde, ist hier beim IsoClear Vegan leider echt gering ausgefallen. Sicherlich ist unser Bedarf an Methionin nicht so hoch wie von den meisten anderen essentiellen Aminosäuren. Aber 0,3 Gramm pro 100 Gramm Pulver, das ist dann schon sehr wenig in einem solchen Produkt. Und deswegen kann ich den Hype um das IsoClear Vegan auch nicht mitgehen. Es liegt also nicht mal am Preis. Der liest sich jetzt zwar mit seinen 49,90 Euro Vorrabattcode recht happig, ist aber dennoch konkurrenzfähig, wenn man das Ganze mal auf ein Kilo umrechnet. Nur zum Vergleich, das No Way Clear von Rocka Nutrition, Das kostet 32,99 Euro und man bekommt eine 360-Gramm-Dose dafür. Da liegt der Kilo-Preis also bei 91,64 Euro. Bei MyProtein zahlt man für die 320-Gramm-Dose mittlerweile 30,99 Euro. Da kostet das Kilo also sogar nochmal mehr. Und zuletzt das Fruity Vegan Protein von Peak. Da bekommt man für 27,90 Euro eine 400-Gramm-Dose und liegt damit auch nur minimal unter dem Preisniveau von ESN. Es ist also nicht so, dass ESN hier deutlich teurer wäre als die Konkurrenz. Die veganen Clear Proteine kosten überall so viel Geld. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass sich das im Laufe der Zeit immer weiter bessern wird, weil der Rohstoff, also das Erbsenprotein, das kostet eigentlich gar nicht so viel. Es ist vielmehr dieses Hydrolyse-Verfahren, das aktuell halt noch sehr neu ist und sich, so meine Vermutung zumindest, durch einen höheren Preis jetzt erstmal refinanzieren muss. Wenn sich jetzt allerdings vegane Clear Proteine immer mehr durchsetzen sollten, dann halte ich es für gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die Preise bald sogar günstiger sein könnten als beim Clear Whey bzw. beim IsoClear. Zumindest wäre alles andere aus meiner Sicht einfach unlogisch. Wenn man allerdings schon jetzt Interesse an einem solchen Produkt haben sollte oder es einfach mal ausprobieren will, dann wäre meine Empfehlung nach wie vor das Fruity Vegan Protein von Peak. Hier bekommt man in meinen Augen einfach das stimmigere Gesamtpaket. Bis zum nächsten Mal.